Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei das Canelysian Tail. Wir haben gerade die dritte Villa gesäubert, sozusagen. Und hier ist wieder ein Trollk. Au. Na komm. Das war auch nichts. Mal zwei Heildinger einwerfen. So, das aber. Und wieder ein Trollkfinger eingesackt. So, das Westen ist auseinandergenommen. Sagt die Karte, wie weit ist es denn zurück? Ah, schon noch ein paar Gebiete. Aber das gibt Erfahrung. So. Wieder ein Fodenbeschwörer weg. Wieder ein brutales Upgrade. Baupläne kann man ja leider nicht verkaufen. Okay, du brennst ziemlich gut. So, du schreist, wenn du stirbst. So, ein Explosions-Zombie hast du herbeilig beschworen. Aua. War das jetzt ein Zombie, der mich getroffen hat, oder bin ich gerade explodiert? Vielleicht, abgesehen, ich war schon rot, aber ich kann mich da rechtzeitig reagieren können. So. Immer schön alles töten, allein schon für die Erfahrung. So, die Zimtplätzchen kann man mal aufbrauchen. Also ja, über Heilzeugkampf braucht man echt nicht meckern. Aber über Gift. Bin ich vergiftet? Nein. Nein. So, wieder die ganze Käfer. Komm, explodieren. Du auch. Noch ein Ring des Lichts. Ja, so, mit den Gegnern haben sie sich schon einiges einfallen lassen, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich immer noch nicht erkennen kann, ob das die Kopflosen wahrscheinlich Mondblüter sind. Aber wo kommt ihr eigentlich? Aua. Eher, ihr Necromanten. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das ja das Opfer von Gaios Tricks sind, aber was haben die Necromanten damit zu schaffen? Warte, vielleicht auch mal ein Wunsch. Aua. Wie ist das jetzt passiert? Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich definitiv nicht aufgepasst. Das heißt, noch mal. Macht ja nichts. So, ein bisschen schützen, dass wir nicht wieder... So, einen auf den Deckel kriegen. Zimtgebäck verputzen. Äh, kommst du noch mal runter? Ja, kommst du. Hier dürfte noch mal ein Necromant kommen. Okay, den haben wir diesmal schnell weggepulvert. Äh, der Sack kommt wahrscheinlich nicht mehr runter, den ich spawnte in der Luft. Egal. Äh, warum habe ich die ausgewählt? Ich wollte... Brezeln. So. Jetzt noch mal durch die Insekten. Jetzt bin ich aber vergiftet, ne? So. Gift weg. Und du explodier mal schön. Au. Ich sollte mich vielleicht mal hochheilen mit Wandhühnchen. Und jetzt kommt die Stelle, an der ich nicht gestorben bin. Gerade eben. Also, Michael, mein ist das Spiel nicht so schwer. Man muss da bloß nicht nachlässig werden. So. Gebt mit euch Zombies. Na, genau das meinte ich. Jetzt brenne ich nämlich schon wieder. Weil erleben wir direkt da einen Explosions-Zombie, die spawren ist. Genau, der da. Level ab. Au. Und jetzt bin ich fast tot. Ja, das mache ich später, denn ich brauche... ...lebenspunkte. So. Äh. Verteidigung höher. Ich glaube, nämlich genau auf die Art und Weise bin ich vorhin gestorben, dass der einfach viel zu viel der Explosions-Dinger... äh, wieder auf Brezeln wechseln, dass der viel zu viele Explosions-Zombies da gespawnt, gespammt hat. Ja, ja, Fidget ist echt nützlich. Und du mal wieder. So. Dieses Mal hast du mich nicht so vorgeführt. Edge-Batch. So. Aus dem Weg, Jungs. Achso, da ist noch einer von euch. So, Brenne. Und weg. Äh, ein bisschen heilen kann nicht schaden. Also, auf Heikling ständig gehe ich nicht so schnell. Ich habe noch... Ich habe, glaube ich, die ganze Menge an Hot Dogs, vor allem. Wie viele Hot Dogs habe ich jetzt schon 16. Und die einen ziemlich gut. Die beiden Sachen haben sogar noch viel besser. Wo läuft's denn hin? Ich bin hier drüben. Das muss gar nicht sagen, vor mir. Naja, das kann man ihm nicht verübeln. Vor das sollte man Angst haben. Der kämpft immerhin verdammt gut. Dafür, dass er einen Hut auf hat, der seine halbe Sicht verdeckt. Und das ist da weg. Das auch weg. Hier scheint es nämlich wieder ein Sequence zu geben. Hä? Was zur Hölle? Was hat das jetzt gebracht? Achso. eine neue Frucht, die hier aufsprengen soll. Okay. Äh, und hier muss sie auch nochmal aufsprengen. Okay, okay, das kriegen wir hin. Und pum, so, genau. Dankeschön. Fürs freisprengen. So. Dann ab ins Loch. Mhm. Die Wespen, da würde ich gerne loswerden. So, dankeschön. Und dann würde ich gerne da runter gucken. Naja, hier gibt's Zombies. Wer hätte das erwartet, dass es hier unten Zombies gibt. Auf jeden Fall gibt's die, da. Okay, das sieht lustig aus. Und das da sieht so aus, als ob's lebendig wäre. Hm. Ne Bombe. Aua. Okay, wenn ich weiß, sobald ich weiß, wofür wir die Bombe brauchen. Ja, hier geht's immer wieder hoch. Aber gucken wir mal kurz nach. Nicht, dass wir hier was Interessantes verpassen. Wie das da zum Beispiel. Okay, das war der einzige Schatz hier. Okay. So, ganz vorsichtig mit der Bombe. Und Sesam, öffne dich. Wieder Schleim. Noch mehr Schleim. Und weiter geht's. Hier sagt die Karte wieder, wir haben einen Knick. Wir sind dann wahrscheinlich wieder solche Bereiche, die wir erst erreichen können, wenn wir vorsichtig sein. Genau, nämlich deswegen. Au. Wow, hier regnet's aber gut. Verlorene Seele. Und ich schätze mal, hier geht's in den... Ach nö, hier ist nur ein Schlüssel versteckt. War das der einzige Schatz hier? Nein. Da war noch ein Zombie. Also normal schlagen können wir schon mal vergessen. Aber in Tod flambieren, das können wir. jetzt ist die gute Frage... Jetzt ist die gute Frage... Au. Erstmal den Schlüssel hier einsacken. Nach unten oder nach rechts? Da geht's nach unten. Und da geht's rechts weiter. Ich denke mal, ich mach erst an dieser Stelle mal einen Schnitt. Und dann sehen wir weiter, wo wir lang gehen. Also bis gleich. und dann sehen wir wieder hin. Vielen Dank.